Roundhouse. Ja stimmt, der Name kommt mir bekannt vor. Ja, das ist der KI. Erstkontakt. Da steht kein Semiprofi unten drunter. Also es ist KI. Oder Profi. Seitens ist auch ein Entwickler. Nein. Im Bild steht AI. Das steht für Artificial Intelligence. Auf deutsch Künstliche Intelligenz. Entwickler. So, dann schön in die Mitte rein. Ja. Ja, vorbei. Ich sehe alles von oben. Der geht rar. Schade. Ja, geht er nicht. Der drückt hier. Nein! Ich bin ein Pirat. Ich bin ein Pirat. Ja, doch, er ist sogar Glück. Er ist auf der Stelle geblieben, der Ball. Leider war das auch direkt die Vorlage für den anderen. Für den Fallrücker sollte er aber nicht auf der Stelle bleiben, sondern in die andere Richtung fliegen. Ja, aber ich habe ihn immerhin angehalten. Oh, wir haben wieder alle Gegner. Das sind nur Gegner jetzt. Okay. Keine Opfers. Ne, keine KI mehr. Schöne Gemeinschaft Produktion. Eigentlich sind wir nur ineinander gekracht, aber irgendwie sind wir da mit reingegangen. Schön. Gut gemacht. Der Ball kam zumindest von mir. Zumindest die Vorlage war von mir. Sehr gut. Easy. Ich bleib hinten. Ach du hast jetzt den... Hey! Der andere ist einfach in mich reingefahren. Schön. Ich habe 69 Boost und ich will die einsetzen. Okay. Wieder wieder von ganz hinten, ganz nach vorne. In diesem Moment, wo ich dann immer so gnadenlos drüber haue. Ah! Schön. ну nicht so schön. Loll. Weg damit! Schön. Nein! sehr nicht ganz wenn ich kann sehr optimistisch sagen ich habe mich gerade arm an ich hätte ich mir gar nicht weggestoßen brechheit wir wollen schön ok ich erwartet sonst noch da der andere blaue also ja gut aber er war nicht dran ok er war da nicht dran meilenweit war der vorbei der andere schön hätte ich bloß gehabt dann hätte ich den zurück rein machen können ja jetzt immer gut ist geholt nein 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 nicht auf unser tor schön wieder nach vorne da wo der ball hingehört ja da schubst du nicht schießt schießt jawoll habe ich ja an die latte musst du mich verarschen das gesamte team ist gerade an mir vorbei geflogen sorry ja unmöglich unmöglich schön jetzt vielleicht noch mal nein nein bleibt beim vier eins oder andere kam der andere kam genau da ich habe erfolgt freigestellt gizmo blitz aber den kann ich leider nicht ich habe ich habe auch gizmo blitz freigeschaltet zufall ja ja ich bin mal gespannt wann wir das letzte auto freischalten oh ja eine ein auto gibt es ja noch das uns fehlt unser team ist schon mal vollständig gegen den anderen typen haben wir auch gestern auch schon mal gespielt mit dem affen gesicht oder es ist ein avatar du musst dir die namen merken ich möchte mir besser bilder merken mit namen bin ich ganz schlecht die reiten wird dann gleich die reifen angeschaut für den kultus in den ohr drei bots insgesamt zwei beim antwerp einer bei uns erlieben und dritte war richtig schön gleich am anstoß hier da war auch keinerweilen war alle gute eine war da noch aber über den er wird drüber gemacht sehr gut so gehört sich das ein guter start auf jeden fall schon mal gut vorgelegt der ball ist schön nach oben gegangen ziemlich in unsere richtung es war doch ein befreiungsschlag das mal kein befreiungsschlag war natürlich wieder keiner war natürlich wieder keiner warum auch das war knapp den hätt ich vielleicht den hätt ich vielleicht sogar noch aufhalten können hihihi Taaahha Gott nein Hihihi Hähde ich eher das Tor aufhalten könnte als der Gegner Ja Ah Eieiei 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 Nein Nein Kai Bitte 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 sei nicht dumm Ok Und ich mach scheiße Oh mein Gott Kommt auch mal vor Ups ich mach auch scheiße Kommt auch mal vor Egal Die Gegner wissen es nicht zu nutzen von daher alles gut Oh ok Die trippeln sich da zurück zu dritt rum die Gegner Ja Ah Neue Mitspieler Da sind gerade Da sind gerade einige in die Luft gegangen Ah der blaue Nice Unsere KI Was ich hab die Vorlage gegeben ich hab den Ball einfach aufgeschaut Und die zwei gehen wieder raus Schau mal ich halt den Ball auf und die KI springt hoch und holt Ja Sehr schön Sehr geil Die zwei die übrigens gerade in unser Match reingekommen sind beim Gegnerteam sind sofort wieder raus Nach dem Tor Stimmt da explodiert schon wieder alles aber ist ein neuer da glaube ich gerade reingekommen oder Ja genau der Kehron ist neu drin Hä der Ball hat sich nicht bewegt Sprechheit Und Und drinnen Drachenkehr was Du Du Rückwärts Ich bin da dran gewesen ich hab mich angeschossen Ja Du hast mich angeschossen Ich hab dich angestoßen Ja kann aus sein keine Ahnung Oh man Schönes Ding auf jeden Fall Ja Oh der Gegner ist schon wieder der raus der eine Ja die Haben alle Angst vor uns Ja Ist leider wahr Man sieht so ein gefährliches Team denn Ja No Nein ich konnte nicht mehr Nein Sorry Oh Ba 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 Hab mich einfach zerstört Frechheit Ja Ich hab ihn immerhin abgehalten davon den Ball zu holen Nein Kasper Oh Äh der hat zur Hand gerührt Kasper schläft Hound The Hound The Hound Auf jeden Fall brennen wir Ja Nein 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 Bin da rein Aber jetzt muss doch gerade ziemlich viel verteidigungser Brazen machen Mit er ist mir lieb ich will eigentlich mein Tor schießen Kannw mich da zu null spielen Mhm Sorry fürs Boost Clown Na ne ich habe 100% Boost muss das sorry zurück jetzt vielleicht jetzt vielleicht der drachen also das probleme ich schaff's jedes mal jedes abgabend am hau doch es war so traurig die aktion gerade oh man oh man oh man oh man oh man die montage wieder vorbeifliegen konnte ich glaub's nicht wettbewerb was lernen er hat ihr kommt ja nicht mehr noch mal zurück denkt nicht mal dran aber man hätte den ball auf schweinerei Da gehe ich doch die Decke hoch Ach eine Minute, da schießen die keine drei Tore mehr Schön Ja hier hat gerade gute Arbeit gemacht Und jetzt haben sie selber den Ball nach vorne weg Clever Das paar verkacksten, da geht ihr vorbei Okay, kommt keiner dran von denen Okay, ist weg von der Wand Nein Nichts passiert Habt nur gesehen, dass es nicht geschafft hat den Hauen zu blocken Nein, nein, ich habe keinen Boost mehr Und, oh, oh, die letzten Sekunden laufen Die letzten Sekunden und wir haben gewonnen Hey, ich war schon überstehen Echt? Ja Verschiebung Reingeschoben hat er den Ball Ja Mann Das schiebt er Haut ist auch AI gewesen Ja Ja Sind auch Game of Thrones Fans Ja, ist schon ein klasse Spiel, muss man sagen Kann man viel Spaß haben mit Rocket League Ohja Demogenjarax, Staffhammer und Erarnos Wer ist in unserem Team? Sechs FD, sehr gut Und go Wir haben einen Tor gelassen Ja, wir auch Wir hatten auch noch einen Tor Der kommt natürlich rausgefahren Holt den Ball jetzt nach vorne raus bei ihnen Ist doch gut Sehr schön, sehr schön Hast du den gesehen? Ich bin in der Mitte Ja, verdammt Ja, verdammt Da war noch einer von denen Oh Der hat den bekommen Nein Wer auf mich zu schubsen, Ernos Einer von denen steht immer gut Ja Einer von denen steht immer gut Schön Danke Ja Ähm Ja Großer Umweg Ich glaube, du hättest versuchen sollen das Tor zu machen Ich glaub's auch Ich glaub's auch So Ach, immer klappt's auch nicht Ah, zu tief Sehr schön Das war gut Das war, aua Die schubsen einen so viel Das ist gemein mit immer einer Wirklich Nein Die mit der rein Wie ist denn das passiert, Len? Ja Wirst du gleich sehen Da Er hat den schön über mich drüber gelupft Schlecht Haben wir's wieder mit Leuten zu tun, die was drauf haben, befürchte ich Äh, der war in unserem Team Der ihn drüber gelupft hat Ja Haben wir Verräter Wir haben einen Verräter in unseren Reihen Nice Nach vorne den Ball Okay Okay Nein Ich hätt den reinmachen können Ja Jetzt haut ihn mal nach vorne weg, komm Nach vorne mit dem Ball Nein Nein Na dann halt nicht Aaaaah Schön Nein Ich war halt seitwärts war ich sogar noch dran Aaaaah Gut, gut, gut Noch ist hier nichts verloren Aaaaah Ein bisschen drunter durch Okay Der geht genau das Tor Nein, 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 nein Der geht da nicht rein Oh, sehr schön Der geht da nicht rein Sehr schön Nein, 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 was macht denn die KI Die KI hat ihn direkt zum Tor geleitet Was für eine KI Was für eine KI Was für eine KI Das ist Mitspieler Jasper, Jasper Jasper? Achso Jasper? Ne, keine Ahnung Wo ist Jasper? Keine Ahnung Wo ist Jasper? Hast du nicht Jasper gesehen? Alter Dude Man Wirklich Hinter dem bin ich durchgefahren Nooo Zu tief Und Tor Wow Deshalb bin ich leider etwas zu tief geflogen Wow Wow Ja, Len Man kann nicht immer gewinnen Hast du so schön gesagt Im letzten Spiel Im letzten Spiel haben wir gewonnen Im vorletzten Keine Ahnung Wo wäre es letzt mal richtig übel aus Wo wir jetzt so 6 zu 3 verloren haben Davon rede ich Aber zumindest den Großteil der Spiele gewinnen wir noch Das ist schon mal ein gutes Zeichen Macht irgendwie Hoffnung Schön Der geht nicht rein Geht er auch nicht, aber er wurde geblockt Aaaaaah Ja verdammt Zu schnell mit dem Boost Ich dachte mir ich hau ihn mal ein bisschen in die Mitte rein Nooo Wow, gut dass die auch nichts können Aaaaaah Da kam ich zwar mit anlaufen Aber das hat auch nichts gebracht Weg damit Mann Hehehe So So Jetzt aber Na Unser Kollege Unser Kollege hat mich aufgehalten Ja unser Kollege ist äh Interessant Aaaaaah Ja Interessant Nein Da wurde ich geblockt Er hat auch sogar als Torschuss gezählt für mich Ja War halt auch eigentlich Wäre halt auch dringend gewesen Wenn nur einer seine Nase hat Aber was mach ich denn Was mach ich denn Kannst du mir sagen was ich mache Ich muss die Gegner davon abhalten Tore zu schießen Doch grad schon Ja gerade Aber nicht mehr die letzten vier Ich habe es immer versucht Ja Ich auch Der Wille zählt Denn der Wille zählt Nooo Oh Ich fliege zur Rettung Ich habe ihn auch nochmal weg Naja Da ist die Blamage vorbei Und ich habe die thermische Raketenspur bekommen Ich habe Blitz bekommen Ist doch auch nicht schlecht War nicht so das Spiel aber Sei net Sei net Ich weiß jetzt wofür das Bild steht Das sind alles PC Spieler Ah Wenn das Bild sei net ist Sind alles PC Spieler Okay Hier sind alle rausgegangen Würde ich sagen gehen wir auch raus Okay Wenn die hier schon alle rausgehen Ja Und machen an der Stelle eine kleine Pause Sehen uns dann im nächsten Part Wenn es weiter geht Mit Rocket League Bis dann eine wunderbare Zeit Und möge Der Piratenhut den ich hier auf habe Mit euch sein Servus